Die freizügigen Bilder von Laura haben es in ein Männermagazin geschafft. Die Freundin vom Wendler ist jetzt im Playboy zu sehen. Über die 19-Jährige haben alle deswegen gesprochen. Sie ist total stolz darauf, so jung zu sein und es trotzdem auf ein Männermagazin geschafft zu haben. Aber nicht nur sie darf mit solchen Fotos für Schlagzeilen sorgen. Nein, auch ihr Freund hat es geschafft. Denn auf Twitter landet er einen Hit. Angeblich wurden pikante Fotos von ihm unerlaubt veröffentlicht, wo man das alles sehen kann. Angeblich sollen es Fälschungen sein. Offiziell wurde bis jetzt noch nichts bestätigt, aber ich informiere euch, sobald es Neuigkeiten gibt. Denkt ihr, dass die Fotos echt sind? Und wie findet ihr es, dass Laura im Playboy zu sehen ist? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Hinterlasst mir einen Kommentar und abonniert Check the Celeb, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dann.